Wir sind wieder da, immer noch in der wunderschönen Form des... Oh, Tobi! Ja, so ist Tobi. Ach ne, wir hatten ja gesagt, wir wollen ihn, äh, ne? Solange wir Tobi spielen, in der Third-Person-Undate. So, dann öffnen wir hier mal das Tor. Was halt irgendwie ein bisschen lächerlich ist. Na gut. Es wäre ein bisschen lächerlich gewesen, wenn wir das jetzt hätten öffnen können. Wenn Sie mich fragen, meine lieben Zuschauer. Okay, er ist in diese Richtung gegangen. Offensichtlich. Doch zu welchem Zweck ist er in diese Richtung gegangen? Okay, er ist vielleicht doch nicht in diese Richtung gegangen. Das läuft ja wie am Schnarcheln. Oh, nein! Jetzt kann der Holmes auch endlich rüber. Wunderbar. Sag danke. Sag nicht danke, ich bin schon im Home. Hm, hm, hm. Ähm, hä? Äh, da kann ich hier schnuppern. Wagen-Sporen. Von innen verriegelt. So, dann, äh, kommt wohl wieder Tobis... Oh, wie praktisch, dass das wie eine Leiter ist. Äh, eine Treppe. Für die, die nicht wissen, was eine Treppe ist. Äh, eine Treppe ist ein Leiter-ähnlicher Gegenstand, der jedoch nicht nur horizontal verläuft, sondern auch zwischendurch ein wenig vertikal. Nicht springen, Tobi. Nein, warte, was? Versuchen wir, einen anderen Weg hineinzufinden. Genau, andersrum, der nicht nur vertikal, sondern zwischendurch auch mal horizontal verläuft. Oh. Das Wissen. Das Wissen-Skills. Nicht springen, Tobi. Versuchen wir, einen anderen Weg hineinzufinden. Dein Ernst? Ja, ich würde gerne mich ein wenig weiter bewegen mit Tobi. Hier zum Beispiel. Nicht. Ist da, ja. Äh, äh, äh. Ich habe noch den Schal. Nicht springen. Ach, du bist doch... Ach, Holmes. Das machst du doch mit Absicht, Mann. Es gibt keinen anderen Weg mehr für uns. Ähm. Von innen verriegelt. Da fuck? Ja gut, haben wir das auch geklärt. Äh, offensichtlich ist Tobi, äh, fetter, als man denkt. Denn hier kann er unmöglich durch. Oh, ich, ich ahne etwas. Oder ich ahne nichts. Ich hätte gesagt, jetzt kommt hier wieder so ein Dingster-Spiel. So ein, äh, Tobi-muss-Springspiel. Wäre ja jetzt auch nicht das erste Mal, nicht wahr? Ach, Mensch, guck mal. Da sind doch hier, äh, ne? Und so. Haha. Sauber, Tobi. So macht man das. Wop-nop-nop-nop-nop. Such, Tobi. Such. Braver Hund. Oh, Feuer. Jetzt kann ich nach unten. Oh, yeah. Versuchen wir nach Möglichkeit nicht, Tobi irgendwie, äh, hochzuziehen. Ach, ne, hat er nicht gemacht. Und zack, geht die Tür durch uns durch auf. Besser kann's nicht laufen. Na, das ist wieder eine Tobi-Treppe. Na, was ist das? Aha. Oh, super. Bam, 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 bam. Also, ich bin ja mittlerweile schon so ein kleiner Fan von, äh, ne? Tobi-Treppen. Auch ich glaube, dass das jetzt total Bullshit war. Wo ist Holmes? Boah. There you are. Holmes. Gut. Ich wollte gerade sagen, du musst auch ein bisschen Platz machen für den weltbesten Hunde-Detektiv. Sonst ist das unfair und zählt nicht. Und zählt nicht. Oh, eine Tür. Holmes, eine Tür. Okay, offensichtlich müssen wir da irgendwie rauf. Nur wie... Von hier aus kommen wir zwar hoch. Aber nicht auf das andere Rohr rüber, oder? Super, jetzt weiß ich ganz genau nicht, wo ich lang muss. Weil meine Orientierung der Hammer ist. Es sei denn, ich muss hier lang. Dann, äh, bin ich super. Dann hab ich eine super Orientierung. Yay! Super Orientierung, äh, for the win. Und so. Ja. Zack. Plumps. Tobi, nein! Tobi! Bist du dafür nicht zu alt, Tobi? Ach, Tobi. Dein Ernst? Sie steuern... Äh, locken... Ums! Okay, hier können wir dann offensichtlich nicht durchschneiden. Oh, das scheint ja schön warm zu sein. Ach, wie gerne wäre ich jetzt auch dort. Ach, wie gerne wäre ich jetzt auch dort. Aha, wer ist da? Wer ist das? Tobi könnte da rüberspringen. Tobi könnte da rüberspringen. Oh, das ist ja auch da. Ich bin da rüberspringen. Ich bin da rüberspringen. Ich bin da rüberspringen. Tobi. 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 Sie wollen mich holen. Tobi! Oh! Oh, Tobi! Ach, Tobi, immer dasselbe mit dir. Ich habe vor ihnen Angst. Er ist erschrocken, als er sie gesehen hat. Er muss mich mit jemandem verwechselt haben. Gehen wir. Hier gibt es nichts mehr für uns zu tun. Wir sind schon die ganze Nacht unterwegs, Holmes. Ich habe wirklich genug. Und dann dieser arme junge Mann. Machen wir uns auf die Suche nach einer Polizeistation und... Es steht nicht zur Debatte, die Polizei einzuschalten. Haben wir uns verstanden? Lassen Sie uns lieber sehen, wie wir am besten unsere Ermittlungen fortsetzen. In Ordnung, Holmes. Alter! Das war ein... Alter! Also mal ganz ehrlich, das war jetzt quasi sowas wie ein kleiner Junge. Also, Holmes, ne? Ich bin da... Also, ne? Ich weiß auch nicht. Naja, ihr wisst wahrscheinlich auch nicht. Braucht ihr auch nicht. Nicht bis zur nächsten Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat und, äh... Tobis Mord an einen kleinen Jungen. Denn nach was anderem sah der Knirch für mich nicht aus. Als nach einem kleinen Jungen. Oder nach einem sehr jungen Mann. Oh, Tobi, warum machst du sowas nur? Voll unhöflich. Naja, äh, gebt einen Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar. Ähm, wenn ihr wollt, dann schreibt auch einen Kommentar darüber, wie ihr gehandelt hättet an Tobis Stelle. Hättet ihr ihn auch in die quasi Lava, also in das geschmolzene Metall geschmissen? Oder wie hättet ihr versucht, die Situation zu klären? Ich kann Tobi in einem gewissen Maße, äh, ne? Ich kann es ihm nicht verdenken, dass er es getan hat. Aber mich würde auch interessieren, wie hättet ihr gehandelt an Tobis Stelle? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tief. Tief. Tschüss. Vielen Dank.